Heute präsentieren wir euch unsere neue Videoserie zu dem Thema Technische Fachwirte Teil 2 Werkstoffkunde. Und wir werden dort die gesamten Stoffinhalte aufarbeiten an acht Videotagen. Wir haben also verschiedenste Themen, die wir mithilfe des Fach- und Tabellenbuches von dem Europa-Verlag bearbeiten. Die Inhalte könnt ihr hier tatsächlich sehen. Ich will sie hier im Einzelnen nicht durch- und vorlesen. Aber wir haben natürlich alle prüfungsrelevanten Fragestellungen bearbeitet, die sich am letzten Tag dann tatsächlich hier nochmal als Wiederholung komplett mit dem Tag 7 manifestieren. Sodass also alle werkstofftechnologischen Fragen, die inhaltlich gestellt werden können, bearbeitet worden sind. Das Videopaket eignet sich auch ohne Bildungsträger sich mit der Werkstoffkunde zu befassen. Das gilt auch für die Industriemeister Metall, die hier natürlich ähnliche Ansätze vom Bildungsniveau her haben. Ja, ich freue mich auf ein Feedback und gutes Gelingen mit dieser neuen Videoserie, die wir hier für euch exklusiv produziert haben. Sollten Rückfragen sein, meldet euch doch einfach. Telefonisch lässt sich vieles leichter besprechen. Bis dahin!